Ja, jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ja, wir werden heute auf MyWar von Chris Jocelyn reagieren. Wem das Video gefällt, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Und wir starten, let's go! Okay, er ist gerade in Deutschland, wie man hier sehen kann. Ja, MyWar von Chris Jocelyn. Ja, Oli. Ganz klar. Ja, Frontz hat Big Spin, alter. Kickflip 180. 180 Kickflip. Alter. Ah, krass. Ja. Aber er landet jedes Mal an Deck oben. Das ist so krank. So krank. So krank. Ja, das ist schön. Okay. Ja, maена. Das ist so krank. Aber er landet jedes Mal an Deckung. Das ist so krank, Alter. Na, so krank, der Typ. Ah, er schafft es nicht. Ah, kommt noch. Ah, das ist so krank. Ja, ja, Oli. Na, schon krass. Ja. Ja, also er sagt, die Security kommt und kontrolliert alles und nicht das hinwegschicken. Und... Ja. Nächsten Trick. Monete Kick, Half-Camponete Kickflip. Ja, Alter. Ja, aber der Typ ist schon krass. Kann man nichts sagen. Ja. 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 Scheiße, wie er sich freut, wenn du so einen Trick stehst, wenn du so einen Trick stehst, Alter, bei einer 10er Stufe, da ist die Motivation einfach da, wenn du so einen Trick stehst, oh mein Gott, ja, schaut ihn euch an, wie glücklich er ist, ja, krass. Yes, okay, vielen Dank fürs Zusehen, über eine Wertung würde ich mich natürlich freuen, und tschüss.